Mission Kfavarov, irgendwas Kfavarov, was für ein Kf hier, Kf ist Kfavarov, bäh, mann, auf jeden Fall ist Kfavarov, bäh, kriegt das nicht mal ausgesprochen, die Sch... Dann verloren sie also im Tal den Großteil ihrer Einheit gegen die Russen. Wer überlebte? Montez, ich selbst, Kohl und andere. Hat Captain Kohl ihre Leute in den Tod geschickt? Was? Nein, das dachten sie doch ins Geheim, oder etwa nicht? Ich habe in Bosnien vier meiner besten Freunde verloren, einen Raketenangriff. Der Typ, der Wache halten sollte, war eingeschlafen. Sechs Monate war ich neben der Spur. Manchmal wollte ich ihn töten. Wir alle sprachen darüber. Ich glaube immer noch, dass alles seine Schuld war. Ich hätte Mitleid mit ihnen, wenn ihre Leute mir nicht noch mehr Leid hätten. Sie wussten nicht, wer sie in Wirklichkeit sind. Sie hätten es verstanden. Und Sie? Hätten Sie verstanden, wenn Ihr Kamerad den Feind unterstützt hätte? Die Russen waren nicht unsere Feind. Sie haben ihre Freunde umgebracht! Schön locker, ganz locker. Während Sie noch im Iran im Einsatz waren, haben wir Bündelübertragungen zwischen Dima und seinen Handlangern in Kiew abfangen können. Er war zu der Zeit auch im Iran. Warum war Dima im Iran? Mit den Russen. Alles klar! Ich könnte es grob schätzen. Vielleicht ein bisschen Wodka trinken, einen Kaffee, was weiß ich. Warte, vor allem... Mensch... Eine Kaffeepause und so. Kaffee-Klatsch. Macht es, kann es nicht grün? Werft das 500 Meter? freitschirm jetzt so und so sagt es jetzt nicht das wäre so geil wenn jetzt alter geil alle bereit geil was von kaum gibt es Stoff ey und runter damit und heilige Scheiße und dann noch die geile Musik im Hintergrund ja ne ist klar boah was für Röhre ey ich bin grad so boah alter falsche Ohrgeil heilige das ist eigentlich das Teil was wir abgeworfen haben sag mal leute wir hatten das ja naja egal auch wie war es sieht so geil aus boah alter und die Musik ey oah jetzt reicht es aber jetzt würde ich am Boden sein ich müsste auch mal hier gleich den Fallschirm so so äh leute ich brauche auf ah wow ist das geil alter boah am liebsten werde ich nochmal machen wo geile Sache ey und dann nehmen wir jetzt wahrscheinlich noch zu Statesmäßig vor oder was soll ich machen achso ja ich dachte jetzt wird gefeuert achso ok ich soll anfangen gut boah was für eine Waffe habe ich denn da in der Hand die ist ja mal richtig ekelhaft dazu will ich kugeln und keine Ahnung hab ich da schon eine andere ne aber die Gegner haben ja jetzt da schon eine andere von daher ist es auch gut arm halten er so jetzt so granate aue das tut doch weh man 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 und immer noch welche und da sowieso der Typ da boah wo denn wo denn aue 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 granaten habe ich auch keine merke ich gerade so nebenbei boah ich sehe überhaupt nichts gegen diesen Baume und alles man 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 ich wollte einfach mal durch bringt aber nicht so viel ach da ist die ganze Zeit einer hab ich ihn ich hoffe mal muss ich den da mitnehmen ich würde mal gerne die Waffe aufheben oder doch nicht so sind da immer noch welche man da sind ja immer noch welche boah gehe ich da hin aber und räume da vorne auf auf man kann ja nicht angehen und ist gar die würde ich gerne aufheben so nachladen hier die ganze Geschichte und weiter geht's lebt hier noch wer jetzt gibt hier kein Schwein mehr wenn ich nach vorne stürmen will man 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 naja egal so und was ist jetzt mit das Teil okay die Kiste öffnen halleluja nett nett ja okay nehmen wir halt doch die Usas na gut diese schrot und den ganz automatisch irgendetwas und jetzt haben wir noch ein bisschen Autor geil so e ich darf nicht fahren na egal so dann bitte einmal bitte zu McDonalds gut dann das ist so so die das ist das ist das ist das ist Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Wir kommen mit dem Konvoi, wir kommen mit ihnen. Die Amerikaner kamen. Sie sind in der Nähe von Kieland Valley. Wir müssen hierher fliegen. Wir sollen hierher weggehen? Nein, wir müssen hierher weg. Herr, die Luftraum ist problematisch. Sir, der Luftraum ist problematisch. Ich bin in der Situation bewundern, was ich zu sagen. Ich bin in der Situation bewundern, was ich zu sagen habe. Ich bin in der Situation bewundern, was ich zu sagen habe. Ich bin in der Situation bewundern, was ich zu sagen habe. Ich kann ja nicht angehen. Hallöchen! 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 Oh Mann! Oh, da kommt noch ein Auto an. Was soll denn das? Na? Oh. Äh, was? Ah, das war ein Feind. Oh, der Raketengaffer-Typ da oben nervt ein bisschen, ne? Ei. Ist der immer noch da oben? Ja klar. Aber treffend wird er ja nicht so wirklich. Na? Ebt da noch einer? Ne. Oh. Ja. 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 Da kommen sie. Oh, der hebt da immer noch. Ich habe mich auch schon gekillt. Mann, Mann, Mann. Oh, der ist ja nicht so. Oh, der ist ja nicht so. Aua. Ist hier noch wer? Na, da kommen sie. Granate rüber! Ja. Ja, schön, dass du getroffen bist. Hi! So. Sag mal, geht da drinnen die Party ab, oder was? Hört mal! Da wollen wir doch mal mitmischen. Wo sind die Fickers? Oh, ich will schwimmen. Ich will schwimmen. Ich will schwimmen! Oh, geil! Ich schwimme jetzt ein bisschen im Pool. Aha! Okay, reicht. So. Okay, da lang nicht. Yeah. 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 Okay, reicht. So. What? Komm her, du Hund! Ich hau dich nieder! Da. Das war's wohl, ne? Was ist denn das für eine Waffe jetzt? What the fuck? Nett, nett. Vielleicht muss ich Snipern aber was wahrscheinlich. Da sind sie. Einen hättest du. Einen hättest du. Einen hättest du. Dann gehöre ich den nächste. Habe ich ihn ja, ne? Aue! Ich kann es nicht mehr lieben. Es geht mir nicht mehr. Dann wollen wir lieber. Wir müssen hier raus! Hover die Radwege! Wir müssen hier raus! Und, oh, benutzen hier raus!